Ein Drahtseilakt Fast jeder ist bemüht, sein Leben zu gestalten, gleich einem Drahtseilakt. Hochtrogen die Balance zu halten, behutsam dabei, Schritt für Schritt, ohne Bangen, nur nach vorn. Sonst gerät es aus dem Dritt, entglitten seines Kunstes vor. Ein jeder, den das Schicksal wagt, dies ist nun mal im Leben fakt, begibt sich hoch zum Drahtseilakt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017